Salut zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Ja, ja, ich weiss, dass es jetzt schon lange nicht mehr ein lustiges Video gäbe. Darum singe ich jetzt wieder mal ein Lied mit lustigen Tierchen. Wie zum Beispiel mit dem Bein der Zöbra-Baby. Mit Pink-Danz statt Schreife. Und auf dem auf der Dreck laufenden Gütele ist auch nicht so viel. Ich mein, schau mal an, er läuft oben wie ein feministischer Mann. Ich weiss doch nicht genau, der Feminist will da nur etwas vor der Frau. Genau so hört wie die Melonen dem Nilpferd in's Mund rein fliegt. Doch bevor ich anfange zu politisieren, Ich komme zu zwei Spritieren, zeig ich euch am Trepp. Lieber Schildkratt mit zwei Köpfe. Und Ratzfatz, ein Gipfel nebterer Katz. Und die Katze hat zu viel Alsteak fressen. Jetzt ist die Politik ganz ungefähr vergessen. Ich hab glaube ich zu viel letzte Woche. Und die Katze meint, sie sind ein Hund mit dem Riede. Können wir nicht mal beim Thema bleiben? Die Frage ist noch, was jetzt schon mein Süßes ist. Ein Kind, ein Vogel oder ein Fisch? Und die Katze meint, sie sind ein Hund mit dem Riede. Können wir nicht mal beim Thema bleiben? Die Frage ist noch, was jetzt schon mein Süßes ist. Ist der Kind, ein Vogel oder ein Fisch? Gibt solle Leute zum Ispel und an mir gibt grossen Schei. Eins und hess ist zwei. Songwriter hab ich keinen, ei 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 ei. Höchse, Brei und Pickelpilz, ich glaube, ich nehme dir mal einen Filz. Und jetzt gibt es noch ein bisschen Unterricht, und zwar in Röfelgescheiden mit der Schicht. Ich erkläre euch jetzt, was mein wunderlicher Gesang macht ja ein Gehörgang. Es geht hin und dann wird's violett, und dann tanzen die kleine Frau für das Palette. Und dann gibt's eine Explosion, dem Bruder, seine Mutter und Sohn, und jetzt gibt's am Schluss auch eins.